Willkommen zurück zu Wir haben einen neuen Song bekommen Zu Watch Dogs 2 Ich bin euer Firobo Da gibt es nochmal Geld Was ist denn hier passiert? Okay, wir gehen auf unser Handy Denn wir haben bestimmt neue Missionen verfügbar Der letzte Dollar haben wir gerade Willkommen gehabt, neben Mission Ein hoher Preis Das könnten wir weitermachen Machen wir mal weiter, so Ist das hier in der Nähe? Das ist ja gar hier in der Nähe, nice Wir legen hier los Oh, ist ein Deckflug hier vorne Was ist das? Was ist das? Ist das hier so auf der Karte markiert? Was heißt das? Johnny, wo bist du? Okay, hilf ich, wir müssen mal einen Roboter Passt bis 110.000 Okay Driver ist er veröffentlicht Okay, dann lassen wir mal Dann gehst du das mal eben hier um Ein paar Karren Wo sollen wir hier hin? Mal eben hacken, okay Das sieht ganz leicht eigentlich aus Und wir haben Mission, okay Knöpfen wir uns den Pharma-Clown vor Das Arschgesicht hat's verdient Mal dann beim Virus hoch Hallo Fantastisch Kann ich mal reinhören? Born and raised Born and crazed Haters blown The fuck away Feeling lucky You ain't the hero Off the story You don't go out In a blaze of glory Make my day Tell them Boba send you Scheiße Ist das krass Dein bester Song, Mann Das ist ein Riesen-Fan Das ist exklusiv, stimmt Sonst kriegt das niemand Nur ich Yep Wie läuft die Bezahlung? Bitt schon, ne Kuhle läuft nicht Schon klar Muss wissen, wie ich's überweisen soll Ja, sieh nach Ah, da Die Kontonummer? Yep Aha Was auch wenn's Millionen machen Gesendet Und bestätigt Ist bei dir Großartig, Mann Da wird ein Traum für mich wahr Yo, Bitch Hier ist Bobo Deg Was? Gott schuf den Menschen nach seinem Bild Aber Gott schuf sich selbst Nach Bobos Bild Was laberst du denn da? Yo, Bitch Hier ist Bobo Deg Nein Nein Nein, 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 nein Wow, was zum Teufel Was? Kommt schon, was macht ihr da mit mir? Warum ich? Kommt schon Ich gehöre zu den Guten Das ist doch nur ein Geschäft, Mann Ich hab Aktionäre, verdammt Ach ja, die Oda an die Freude Ein schönes Lied Das war's schon Halt's ab Und dafür kriegen wir so viele Follower Leute Leute, er hat Gerade 20 Millionen Für die Leukämie-Forschung gespendet Bitch, ohne Kohle läuft gar nichts Yo, wer war das? Wow, vorsichtig Vorsichtig, Mädchen Hier Ich bräuchte ein neues Auto Wie schön's Hey, dann nehmen wir uns einfach mal hier so eine Karre Die braucht er ja eh nicht mehr, ne? Hups Oh So, äh Ist doch noch ein Sperrgebiet hier, ist doch noch was Kann ich vielleicht rüber? Ich will gerne Oh, oh, oh Mitnehmen 19.400 Oh, nice, danke Das war schnell verdientes Geld, würdest du sagen Ob es da oben noch was gibt, ich weiß es nicht Oder so Können wir einen neuen Song noch bekommen Sehr schön So, wir gehen mal Nicht auf die Karte Äh, wir gehen Auf unser Handy Äh, das wollte ich eigentlich auch nicht Ich wollte eigentlich nur Neue Mission auswählen Ein hoher Preis Haben wir schon bezahlt Dann machen wir mal den Dollar hier Mission verfolgen Wir müssen ganz weit in die Oh, Entschuldigung Tut mir wirklich leid Dieses Auto lässt es sehr schlecht steuern Muss man leider sagen Ich weiß, dass wir gerade die Musik hören Können wir die Musik ausschalten So, Musik aus Denn ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist mit Musikrechten Ist auch noch im Sperrgebiet jetzt Hoppala Die Karte klingt auf jeden Fall knackig Und die Schadensmodelle sind Auf jeden Fall vorhanden Hops, aber Na 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 Ja, und hier kommt halt Watch Dogs Schwächend zum Einsatz Aber zum Vorschein Fahrphysik ist nicht so berauschend Und Ja Die Die FPS gehen natürlich runter Das haben wir auch schon gemerkt Aber was auch noch Okay Forschungspunkt in der Nähe Sehe ich den Forschungspunkt hier? Da oben Okay Da oben müssen wir wahrscheinlich was hacken Wir sagen aber erstmal hier hin Okay Gehen wir erstmal hier hin CTOS Ist da ein Gummihammer drin? Oder soll das eine Antenne sein? Okay Okay Mal sehen wie die Banken mit Kelly's Exploit klarkommen Das macht einfach zu viel Spaß Willkommen bei Blooms neuem CTOS wegen Bankautomaten Wie generftig Willkommen Mr. Johnson Wie kann ich Ihnen heute helfen? Leck mich Gib mir einfach mein Geld Herzlichen Glückwunsch Mr. Johnson Ein Bonus von 200 Dollar Was? Ja und wer's glaubt wird selig Echt jetzt? Okay Ich nehm's gern Was können wir noch machen? Herzlichen Glückwunsch Sie erhalten einen Bonus von 1000 Dollar Was? 1000 Dollar? Tja Davon zahl ich keinen Unterhalt Happy Hour Jetzt komm ich Tja der freut sich Mission abgeschlossen So einfache Missionen hier Ah interessant Kann ich denn irgendwo sonst noch hier hoch? Können wir hier vielleicht rein? Ne auch nicht Können wir denn irgendwo hier hoch? Da steht's ja oben Nein aber kann nicht rein Schade Haben wir schon wieder neue Missionen hier? Mit Noodle Ähm Noodle Hauptquartier wollte ich schon sagen Da haben wir noch was Da haben wir auf jeden Fall Fangen wir hier erstmal weiter Hier die Mission würde ich sagen Achso wird schon verfolgt Okay nice So hier haben wir ein neues Neues Bike Nein nicht das Auto Ich hätte gerne das Bike Zeigst du mir auch mal The Solution Oh der hat einen schönen Sound Und der hat Money Also Motelräder lassen sich echt Irgendwie am besten stören Finde ich Was ist denn los hier Hallo Chillt doch mal Seh ich genauso Ist ja schon wieder auf den Hacker angegriffen Wer möchte Spaß haben Oh ne ne Oh ne ne Er wird dir die ID des Primaten liefern Aber du hast nicht viel Zeit Ich seh's mir an Und wie läuft das Affenbusiness Die bleiben nämlich nicht lange Ja danke dir Ich bin dran Ich glaube ich muss hinten hin Oh da haben wir Wachen Muss man nämlich dein Geld Danke Los Okay So ne Waffe können wir auch mitnehmen Nice Äh Cool war das Den Taser ausristen Du bist Leider verstorben Wie es mir scheint Alter Die kann man doch nicht Geld mitnehmen Ach hier war noch Hier war noch ne Woche Die hab ich nicht gesehen Gav Ups I'm really really sorry Unsere Klamotten sind nass Warum So sieht's so aus Und die nächste Mission Startet Ich hab wieder Können wir eigentlich Irgendwie was denken hier Das muss man Kayleigh lassen Ich liebe diesen Exploit Böch Echt schicke Bruder Hey die Brille kennen wir doch Willkommen bei Blooms Das ist so ähnlich Das sieht uns aus Bitte warten Ihre Identität wird bestätigt Von mir aus Roboter Willkommen Mr. Daniels Wie kann ich Ihnen heute helfen Wie wärs mit Klappe halten Herzlichen Glückwunsch Mr. Daniels Sie haben einen Bonus von 200 Dollar erhalten Oh Scheiße man Oh nice Super Wieder gewonnen Oh mein Gott Ach man Wir haben nicht gesehen wie er reagiert hat Und da haben wir die Mission auch abgeschlossen Äh Wieso Jetzt hab ich schon mal Die nächsten Geldautomaten Anscheinend hier Wir brauchen aber ein Auto noch Wir hätten da unten ein Auto nehmen können Bitte überfahre mich nicht Danke Vertexte Tiso Hey Baby Wollte dir nur Zeigen du machst mich echt glücklich Ach du bist so süß Ich liebe dich Ich liebe dich so sehr Bitte verzeih mir was ich gleich tue Wovon redest du Ich hau dir ab Bist du noch da Hallo Hey Arbeit Weißt ja Ach echt schlimm Wollen wir mal einen Kaffee zusammen trinken Natürlich Ich melde mich Hä Hey Sexy Hey Kommst du später vorbei Ich wollte dir nur helfen Bitch Hier ist irgendwo was Mitnehmen Lackierung Ne Lackierung Nice Und dann nehmen wir das Auto hier direkt mit Da muss ich jetzt jedes Mal den äh Player ausschalten Ist ein bisschen nervig Ups Hier werden keine Bullen gerufen So auf zur nächsten Mission würde ich sagen Wir klauen ja alle Bergganten Machen die Bankautomaten leer Wie heute Wollte ich gerade behaupten Das ist das Elektroauto Der ist so leise und so schmeidig Und kippt sie trotzdem ab Scout in der Nähe Okay Was ist das? Was ist denn hier los? PvP Event Oh okay Sollen den Cops helfen anscheinend Hä? Warum sind hier so viele Bullen? Warum machst du den? Shit Geht's mir gerade ziemlich auf den Sack Du Handy Okay der fährt hier einfach den Weg hoch Oh wir drehen uns Scheiße Ich hab natürlich kaum Waffen So Kam ich dir überhaupt gerade näher Aua Ich kann einfach mal hier lang Alter Diese Steuerung ist so Ne die Steuerung ist echt kacke Mod Stocks Wo fahren wir denn gerade hin? Gehen wir mal hier durch Hä? Ist unter mir Alles klar Der will mich glaube ich verarschen Der Junge hier Boah die Musik geht auch so auf den Sack gerade Geh doch mal weg Alter bremst doch nicht Komm hier Kannst du hier irgendwo rein Okay Alter Ich will den Typen jetzt killen Ne Schön wie ein Zeit Zeit Pimit oder so Er hat mich gerade getötet Okay Alles klar Ich wusste nicht dass er mich auch töten kann Ja aber er ist auch tot Kopfgeld gescheitert Ah toll Er ist jetzt doof Spiel ist glaube ich gerade abgestürzt Er hört zwar Sound aber ich sehe nichts Ja das Spiel ist abgestürzt Okay gut Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Leute hörst du es so Kann ich nichts daran ändern Also Heute rein Ciao Ciao Wir spielen Wir lesen Wir lesen Wir lesen Wir lesen Biges Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020